Wenn nach wie vor nicht gut drauf sind, oder später dann, morgen wieder mal draußen, falls es einmal eine Krise gibt, dann ein kleines Krisentipel. Ich bin heute relativ positiv, weißt du, und scheiß auch relativ negativ. Das spüle ich nicht mehr, weißt du, weil du hast zuerst beim Scharianglo gesehen, was du in der heutigen Zeit so eine Lied spielst, dann verstehen wir uns die wenigsten, wie es gemeint ist, weißt du, das ist sehr riskant. Relativ negativ ist eine Hochriskanznummer. Ich habe von Menschenhorden gehört, die in Salzburg und in Tirol nach Samstagabend-Party-Nächten das Lied spielen. Ich bin relativ negativ, wenn meine Frau mit einem Megaschliff. Ich glaube nicht, dass die eine intellektuelle Distanz zum Rassismus gehabt haben. Ich weiß, ihr habt es alle, das ist mir schon klar, aber du musst ja schauen, ich bin ja als Musiker ein Gewohnheitstier und man muss sich dann bestimmte Sorgen einfach angewähnen, weißt du. Das Scharianglo war nur ein Test, weißt du, ich weiß ja, ich weiß ja, es kommt immer aufs Publikum auf, weißt du, ich habe noch mal eine Höhle nicht mehr spielen, ich spiele aber solche, positive, weißt du, wie gesagt, wenn man einen Plus hat und ich weiß, wie man rauskommt, vielleicht ist das auch keine Hilfe. Ist eine Krise und überträgst du kurz, wenn du dafür eine Formel brauchst, dann bring das Eis, schreib es auf Not, dir ist, wenn sie 10 Uhr fährt, aus Tante Tobias. Ich fahrt mit aus, ich weiß, ein Scheiß, ich spiele es mit Klautsch. Ich spiele Blasen am frischen Wind, ich fühle wieder wie ein Kind, machen was mit Kitz und es werden, wer ich bin. Röschen geht es Börner und sind von einem Börnerin. Von mir aus, ich bin nicht, ich fing ein 100 Mal, ich bin ein Börnerin. Aber machen was mit Kitz und werden, wer ich bin. Röschen geht es Börner und ziehen von einem Börnerin. Röschen geht es Börnerin. Ja, ich bin nicht, wer ich bin. Ja, ich bin nicht, wer ich bin. Röschen geht es Börnerin und ziehen von einem Börnerin. Wir schnarchen im Stehb, bin ich nimmer geschalt, als Grappartinger mit Powerpoint. Der Ost, auf dem ich schnarch, ist Morsch, schiebt sich ein Wann in Horsch. Früher auf Karöhe ergetrinkt, Ich bin zu tieferen bestimmt, zum machen was mit Kitz und es werden, wer man ist. Röschen geht es Börnerin, da brauchst kein Paradies. Röschen geht es Börnerin, da brauchst kein Paradies. Ist das so? Thank you! Danke. Danke. Die Wörfsvertragsgruppe, Dankeschön.